Hallo, willkommen zurück zu Slender. Und diesmal habe ich es geschafft. Ich habe lang rumgefriemelt, aber diesmal habe ich es geschafft. Und zwar habe ich die Facecam. Ja, ich habe sie. Weil das momentan so üblich ist bei Horrorspielen. Oh mein Gott, ist das Spiel laut. Noch kurz leiser drehen. Besser, viel besser, ja. Facecam ist mittlerweile wohl Standard. Ja, und hier bin ich wieder in diesem scheiß Drecksquadrat. Ich nehme an, dass es ein Quadrat ist. Ja, das letzte Video ist ein bisschen her, weil ich habe echt eine Weile überlegt, wie ich dieses Licht da oben mache. Dass mein Zimmer noch relativ dunkel ist. Aber man mich gut sieht, das ist gar nicht mal so leicht. Keine Ahnung, wie es die anderen YouTuber machen. Die anscheinend spielen den Tag hellen Gebäuden. Räumen, Zimmern, egal. Ich glaube, mich zu erinnern, dass da hinten so ein... Da war zumindest die erste Seite. Ich glaube, Slenderman kommt auch gar nicht, bevor man nicht die erste Seite hat. Ich glaube, da ist man relativ safe. Ich habe nur 20 Frames, egal. So, oh, wo die Musik geben. Ich habe bis auch nicht Dings gemacht. Ja, wo ist sie denn? Sind die random? Oh, feck. Oh, feck. Oh, leck mich fett, wollte ich sagen. Die Seiten sind random. Och, nö. Ich dachte, die wären immer denselben Dingern. Ähm, ähm, ja, ähm, die, das erste Mal, genau, ich habe jetzt dieses Video, nehme ich auf. Mich nehme ich auf. Äh, ich kann nicht sprechen, nicht spielen. Und ich nehme den, oh, war da hinten was? Nein. Und ich nehme den Tonen separat auf. Mal gucken, wie das so wird. Wenn alles ein bisschen hakelig ist und asynchron, dann wisst ihr jetzt, warum. Ich. What the fuck? Ist da hinten was? Ne, Zaun. Ja. Ich laufe jetzt noch mit... Ich laufe jetzt noch mit, ähm, Taschenlampe rum, weil ich es noch kann. Ich gehe wirklich fest davon aus, dass der Slenderman nicht kommt, bevor ich nicht die erste Seite habe. Und... Oh, scheiße, jetzt habe ich vergessen, wie du heißt. Ja, könnt ihr ja lesen, bei meinem ersten Video hat einer geschrieben, dass nach zwölfeinhalb Minuten oder sowas, man da keine Seite gefunden hat, der Slenderman kommt und man hat keine Chance zu entkommen. Ich bin mir da nicht ganz so sicher, aber lass es uns herausfinden. Ich habe mir echt keine, mir keine Informationen über Slenderman geholt. Weder irgendwie andere Let's Plays geguckt, noch mir eine Karte angeguckt. Gut, angeblich gibt es Karten im Internet, wo die ganzen Seiten drauf sind, wo man sie findet. Das heißt, es ist wirklich relativ blind, bis auf das, was ich im letzten Video alles gesehen habe. Da ist die erste Seite. Und zwar... No, 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 no. Oh, ich will sie eigentlich gar nicht nehmen. Die Scheiße kotzt mich jetzt schon wieder an. Oh. Und jetzt ist nicht auslassen. Okay. Ich sehe, ich habe auch das Gefühl, da halt, dass mich das Licht anstrahlt, sehe ich schlechter im Spiel. Aber ich werde es ja eh wieder heller machen, damit ihr es besser sehen könnt. Ich meine, ich kann gerade sowas aussehen, aber YouTube macht alles so unfassbar dunkel. Wenn ich mal HD-Videos gehen, dann werden da gleichbleibend dunkel. Das ist... Unfassbar. Ich darf nicht... Das letzte Mal habe ich die Fehler gemacht, ich bin immer wieder zurückgelaufen. Also ich habe mich umgedreht. Aber ich darf höchstens etwas seitlich gucken, würde ich mal vermuten. Ich würde jetzt unfassbar gerne das Licht einschalten, aber ich lasse es bleiben. Ich glaube, hier ist ein... eine... eine Lichtung. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Eben. Ja, da war er, da war er, da war er, da war er. Da links war er, glaube ich. Oder ist das ein Schatten gewesen? Scheiße, da ist die Seite. Wie komme ich denn zu der Seite? Vielleicht erfolgt er mich ja. Welchen großen Bogenlauf. Scheiße, der ist im Innenkreis, kann das sein? Jetzt stellt er da um die Ecke. Pass auf. Nein, gut. Gut, gut, gut. Ich glaube, er ist noch hinter mir. What the fuck, da ist die Seite. Und weg mit mir, und weg mit mir, und weg mit mir. Und weg mit mir. An den leichten Bogen laufen. Und jetzt geht's hier weiter. Aufpassen mit dem Rennen. Dass er mich so früh findet. Verdammt. Mein Herz ist wieder auf 180. Und ich weiß schon, die nächste Seite, dann kommt der fiese, schwebende Ton. Ich will gar nicht wissen, was das die siebte Seite macht. Ich will, ich will nicht da in die Mitte. Das wäre nicht halb so schlimm, wenn die scheiß Musik nicht wäre. Bäm. Ich stehe ja nicht wirklich hinter mir. Ihr seht es ja, ich nicht. Das Schlimmste wäre, wenn sie das hinkriegen könnten. Wenn er an der anderen Seite dieses scheiß Tunnels des Vieh stehen würde. Man dreht sich um, und er steht wieder auf der anderen Seite. Boah. Oh Gott, nein. Tut's bloß nicht. Ist eigentlich tödlich hier, der Tunnel. Der steht auch nochmal um die Ecke. Ich weiß es noch. Uah. Im Tunnel drin ist er. Im Tunnel drin. Puh. Da ist er wieder im Tunnel. Aber jetzt hab ich dich verarscht. Haha, Slendy. Ich hab dich verarscht. Oh, wenn der das jetzt nach vorne wartet. Egal, ich dreh dann nach rechts ab. Wenn hier keine Seite ist. Da ist keine Seite. Ich dreh nach rechts ab. Verarscht. Aber jetzt hab ich mich, glaub ich, verlaufen. Ne, das ist eine Straße. Also, so ein Weg. Ich heiße rechts, links, rechts, links. Ich muss mich entscheiden. Oh, Mann. Ach ja, aber ich glaub, zu wissen, hat mir jemand mal gesagt, dass nach der vierten Seite das Land wirklich verdammt schnell wird. Was ist das da hinten? Ich glaub, das ist Zaun. Scheiße, ich will da hin. Oh nein. Ah, das ist der Tunnel wieder. What the fuck? Wo lauf ich hin? Oh, eben hat's wieder gegrisselt. Eieieiei. Ich kann echt nur ein Take die Nacht machen. Das ist ja unfassbar. Das Ding frickt mich jetzt schon. Da ist was. Der, ach, der. Ist das der Laster? Ja, muss ich beeilen. Ich glaub, am Laster war was. Bin mir nicht sicher. Da war doch das letzte Mal was. Das gibt's doch nicht. Die sind echt random. Ich hab mich diesmal nicht erschrocken. Ich war mir ziemlich sicher, dass er kommt. Aber ich hatte gehofft, dass ich noch etwas Zeit hab, die andere Seite zu überprüfen. Aber ich dachte, der Slenderman kann seine Arme ausfahren. Der war schon oft genug nah genug an mir ran. Er kann da doch einfach hier so uah machen. Was ist das denn? Eine Cabin in the Woods? Äh, ja, dieses komische Trafo-Häuschen. Keine Seite. Och komm, schon hier muss ich irgendwo ohne Seite sein. Und das zweite Ding ohne Seite. Da steht er wieder. Passt auf. Nein. Oh, aber rückwärtslaufen ist gefährlich. Wenn ich beim rückwärtslaufen mich nämlich umdrehe, laufe ich ja rückwärts wieder. Oh mein Gott, wo ist er denn? Ach, scheiße. Wisst ihr, ich bin rückwärts gelaufen. Hat er sich wieder hinter mich gestellt. Oh, 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 oh Gott, oh Gott, ich hab ihn nicht gesehen. Wo ist er denn? Ich hab's nur gehört. Oh Gott, wo lauf ich denn hin? Ich glaube, ich sehe gerade ausgerufen dahin. Ist mir gerade egal. Ich weiß nicht, wo dann. Pass auf, wenn du rennst. Sonst... Meine Spielfigur... Gar nicht mehr... Besser. Und ihr seht schon, ich... Wippe hier durch die Gegend. Ich bin recht angespannt. Wow, wow! Bewegt sich der Baum? Oh mein Gott! Ich hab' ich gar nicht gesehen. Oh Gott, das will... Ach, hä? What the fucking hell war das? Wieder drei gefunden. Ich muss mir eine Karte zeichnen. Ich hab' keine Ahnung, wo ich langlaufe. Aber der Ton eben, der kam, bevor ich die dritte Seite gefunden hab. Das ist strange. Das ist strange. Ich glaub' das Gebiet hier ist gar nicht so groß. Wie man glaubt. Man hat nur keine Ahnung, wo man ist. Wer... What the fuck bin ich hier? Kann's auch nein, das kann's auch. Hä? Oh man. Ich bin... Ob ich es jemals schaff, das Spiel ist fraglich. Das mein' ich ernst. Nicht, dass ich zur Not tatsächlich... Das ist wieder der Turm von vorhin. Fuck. Aber vorhin hatte er ja keine Seite, der Turm. Mach' nen großen Bogen und lauf' wieder dort, wo ich hergekommen bin. Da konnte man nämlich auch links lang, glaub' ich. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaub' ich bin hier ja langgekommen. Ich seh' so schlecht im Dunkeln. Slendy ist ein bisschen gesteckt an meinen Augen, glaub' ich, nachts. Och, nein. Ich glaub' mir... Ich hab' mich... Ich hab' echt Angst, mich grad' umzudrehen. Und nicht nur im Spiel, ich mein' in echt. Ihr seht ja, wenn er hinter mir steht. Ihr könnt schreien. Ich nicht. Ich seh' es nicht. Ich werde stumm. Da hinschalten. Ah! Ah! What the fuck? Was war das? Ich glaub' Ich glaub', dass das Spiel generell nach zwölf und halb Minuten zu Ende ist. Nicht nach der letzten Seite, die man gefangen hat. Was dieser... Ich weiß nicht. Irgendwas. LP. Tut mir leid, dass ich deinen Namen nicht mehr weiß. Aber ich glaub' ich, nach zwölf und halb Minuten ist es bis zu Ende einfach. Bäm! Das war's. Ich find' mich absolut nicht zurecht. Ich hab' einen guten Orientierungssinn normalerweise, aber nicht nachts. Das ist mein Problem. Oh, ich kann nicht mehr rennen. Nein! Ich muss mir echt einen Plan aufmalen. Ist das wieder der bewegte Baum? He-he-he. Letztes Mal hab' ich wenigstens eine Seite mehr gekriegt. Der ist ein anderer Baum, glaub' ich. Aber er bewegt sich auch. Das ist ja unheimlich. Jetzt geh' ich hier mal mitten rein. Oh, scheiße! Oh, scheiße! Das letzte Mal hatte ich vier Seiten. Davor eine, glaub' ich. Wird nicht besser. Wird nicht besser. Ja, dann mach' ich hier mal kurz schnell, guck' wie lange ich hab' und eventuell mach' ich weiter. Bis gleich!